So, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Dustin, und herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub. Hallo Christoph. Du hast unsere Messe verschlafen, das war ein mega geiler Aufschlag. Ich war dabei, ich war dabei. Aber du warst live im Studio dabei. Ah, okay, sehr gut. Ja, herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen, liebe Clubmitglieder und liebe Gäste, zum Market Roundup. Heute eine halbe Stunde später und auch in Zukunft eine halbe Stunde später. Ja, genau. Wir ändern das Format ein bisschen, Dustin, was ist jetzt anders? Ja, wir haben es ja letztes Mal so ein bisschen angekündigt. Ihr wisst ja, Donnerstag gibt es jetzt den Aktien-Roundup und somit wird sich auch das Format in dem Sinne anpassen, dass wir uns wirklich Donnerstag intensiv mit einem Aktienthema beschäftigen. Also Donnerstag findet die klassische Analyse statt, so wie wir sie kennen. Wir gucken uns einen Titel an, wir nehmen ihn ein bisschen auseinander. Nehmen wir ihn dann auch mal noch ins Mitgliederdepot auf vielleicht? Nein, genau, genau. Okay, bleibt so. Wir werden ihn dann auch weiter im weiteren Aktienprogramm auch weiter nochmal analysieren, also nochmal in die eigene Aktienbergstatt drauf gucken, das Ganze nochmal im Scoring uns angucken, unsere Tools benutzen und, und, und. Der Dienstag wird sich insofern ändern, dass wir genau dieses Thema dort rausnehmen und wirklich uns auf den Markt und auf den Market Roundup, so wie es auch im Namen steckt, konzentrieren. Also was war letzte Woche los? Wir gucken uns die Titel ein bisschen genauer an. Wir werfen trotzdem natürlich nochmal einen Blick auf unser Depot, das ihr gewählt habt schon in der letzten Zeit und geben einfach nochmal so ein bisschen einen Ausblick weiter auf die Märkte. Also Dienstag quasi mehr der Update-Fokus und Donnerstag geht es wirklich wieder mehr um die einzelnen Titel und damit auch die Verlängerung in unsere Werkstätten rein. Ja, Karin sagt guten Morgen aus Bonn, viele Grüße zurück, mit der Stadt bindest du ja auch ein. Absolut, sehr gut. Also das schon, leg los, was gibt es Neues? Und ja, ich gehe mal direkt zwei Folien weiter, denn wir starten wirklich mit den News der Woche diese Woche und gehen danach einmal in unsere einzelnen Werte rein, zumindest jetzt auf die Indizes und dann auch wirklich auf das, was wir sehen an den Aktienmärkten. Und damit wechsle ich einmal rüber auf TradingView und ihr könnt das hier schon sehen, ich habe schon mal nämlich angefangen, das eine oder andere hier zu platzieren. Wir starten nämlich mit einem Blick auf den DAX und ich nehme mal diese Sicht hier so ein bisschen verändert raus und wir sehen nämlich, was in der letzten Woche passiert ist und Christoph, bei dir war es immer so schön, wenn du aus dem Urlaub zurückgekommen bist, sind die Märkte gestiegen. Ich habe Gleiches für mich erhofft, leider ist es nicht der Fall und wir sehen es natürlich in den letzten Wochen sind wir ja extrem runtergekommen und insbesondere natürlich auf den Märkten in den USA, da gab es so den großen Fokus, aber auch hier im DAX, wir sind unter diese 200er Linie hier gefallen und ja, woran lag es am Ende? Ja, das Thema Zinsen war einfach wieder das große Thema, muss man sagen und das Thema Zinsen hat uns da auch wirklich nachhaltig verfolgt. Also wir sehen es hier im DAX, wir sehen es aber noch deutlicher, wenn wir in den S&P 500 reinblicken und natürlich noch etwas deutlicher, wenn wir dann später in den Nestle gucken. Aber nochmal kurz zurück zum DAX und zwar gab es wirklich das Thema, wir haben eigentlich positive Nachrichten gehabt, dass das Wirtschaftswachstum in den USA betrifft. Also wir haben da wirklich teilweise Verdopplungen gehabt, was die generelle Erwartung für dieses Jahr in Richtung Wachstum betrifft. Also das BIP-Wachstum hat sich nahezu verdoppelt. Eigentlich ein positiver Indikator, dass die Wirtschaft weiter robust ist. Im gleichen Gegenzug hat man aber von der FED insbesondere halt den Tonus gehört. Ja, wenn alles so gut läuft und die Inflation teilweise trotzdem noch so hartnäckig ist, dann bleiben wir nicht eventuell nur bei unserem Niveau, was wir sowieso schon angekündigt haben, sondern wir tendieren vielleicht nochmal dazu, einen weiteren Zinsschritt zu gehen. Und wir kennen das Thema und wir kauen es ja immer wieder durch. Ein weiterer Zinsschritt, das bedeutet für uns immer ganz schnell sinkende Aktienkurse, denn das beides hängt halt sehr stark zusammen. Ja, vor allem bei den sehr sensitiven Unternehmen der Tech-Branche. Genau, genau. Du hast gerade jetzt die FED gerade genannt. Im Euroraum war dann die letzten zwei Wochen, während du Urlaub warst, habe ich öfter mal in den News, in den Headlines, neuerdings gesehen, Stagflation. Kannst du das nochmal kurz einordnen? Und jetzt hast du gerade gesagt, Jobdaten in den USA irgendwie waren ganz positiv, zumindest fester. In Europa sieht es teilweise noch ein bisschen anders aus und da hat man noch ein paar andere Herausforderungen. So Stagflation, was heißt das eigentlich genau? Ja, Stagflation, ja was man dazu eigentlich sagt, ist das, was wir in den letzten Jahren in Japan immer sehr stark gesehen haben. Und da geht es einfach wirklich sehr stark um das Thema, was machen eigentlich die Aktienkurse in Zeiten, in denen man nicht dieses impulsive Wachstum hat, was wir in den letzten Jahren jetzt mal gesehen haben zum Start eigentlich mit dieser Corona-Pandemie, sondern es geht wirklich um das Thema, dass wir einen Kampf haben zwischen dieser steigenden Inflation, den Zinsen, die dadurch mit steigen müssen und der Wirtschaft, die eigentlich nicht hinterher kommt. Und ja, an der Stelle haben wir halt wirklich so einen Kipppunkt, wo wir immer wieder schauen müssen, okay, wie hoch können wir eigentlich mit den Zinsen kommen und wie lange ist die Wirtschaft in diesem Zeitraum noch robust genug, um das quasi so ein bisschen auszumerzen, dass wir trotz hoher Zinsen diesen Wirtschaftsimpuls nicht mehr ganz so verlieren. Wir sprechen ja immer öfter vom Soft Lending und Soft Lending in dieser Folge bedeutet eigentlich, dass wir es schaffen, die Zinsen genau in diesem Momentum zu erhöhen, dass die Wirtschaft nicht abwirkt, sondern weiter steigt und wir trotzdem die Inflation bekämpfen können und wir danach aber in ein Momentum reinkommen, in dem wir ja sehr stark, sage ich mal, wieder dann dieses positive Momentum durch die gefallenen Zinsen bekommen können. Das ist eigentlich das große Thema Stagflation. Die Herausforderung ist sicherlich auch jetzt gerade mit Inflation und einer schrumpfenden Wirtschaft, also Stagnation und natürlich noch Inflation dazu, ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Umfeld, hat man nicht so oft und das steht jetzt gerade so ein bisschen im Raum. Genau so ist es, genau so ist es. Okay, was gibt es weiteres? Ich schreibe mal gerade auf den Screen einmal wieder um. Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. trabajar. Ja sidewayscision, das ist auch Resultat помогern Akk signatures. Frage ist denn laurerre muss ich es auch dankbar... Es ist denn nicht irgendetwas was man in europa kennt von den Marken... asit war es tatsächlich wirklich Lebensmittel decreased. Also wenn wir jetzt an Costco, an Kroger an Walmart denken, da gehen einfach Einkäufer along kaufen wenn es alles thirst. Das ist die Idee. Das ist natürlich nicht mehr dauert. Auch hier wo man 2020 21 Ben geology hat auch über dauert und ja mal von doppelten in dreifachen Bewertungen gesprochen. Aber diese Bewertungen sehen wir halt überall denn nicht und ja aber es ist trotzdem etwas kann man ein Erfolg für das Unternehmen zumindest ist. ist gewesen. Verstehe, sehr gut. Unicredit, italienische Großbank, zeigt gerade, dass man zumindest ein relativ profitables Jahr hatte, indem man jetzt mal 2,5 Milliarden an Aktienrückkäufen gefestigt hat. Also man sagt jetzt, 2,5 Milliarden möchte man zurückkaufen. Das sind 6 Prozent der Marktkapitalisierung. Daraufhin ist die Aktie auch hier gestiegen. Auch das sieht man ganz gut im Kurs. Wenn wir hier einmal drauf schauen, dann sehen wir genau, dass natürlich auch hier ein positives Momentum gab. Wurde dann relativ schnell wieder abgefangen vom gesamten Marktmomentum, was jetzt momentan in den letzten Tagen einfach nach unten blickt. Aber ja. Würdest du ganz klar sagen, dass man von den Zinsen profitiert oder gibt es noch andere Effekte? Es gibt bestimmt immer andere Effekte, aber die Großbanken haben ja momentan schon gezeigt, dass sie diejenigen sind, die von diesen Zinsdifferenzen momentan am meisten profitieren und insbesondere auch die Großbanken, die viel Privatkundengeschäft haben. Und da fällt Unicredit definitiv auch drunter als ein großes Unternehmen, was auch noch viele Untermarken hat, die insbesondere im Privatkundengeschäft auch wirklich aktiv sind. Das Sorgenkind-Tui, kann man so sagen, hat mal positive Nachrichten geliefert. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich Sorgenkind sage. Nämlich sind wir in den letzten Wochen doch deutlich runtergekommen. Und jetzt gab es aber mal ein positives Momentum in der Richtung, was man gesagt hat, der Sommer lief eigentlich besser als erwartet. Und trotz Inflation, trotz aller Kosten wollen die Menschen immer noch reisen. Ich kann jetzt verstehen, warum die Leute reisen wollten. Bei dem Sommer in Hamburg zumindest. Weil viele bei Tui eingestiegen und haben gesagt, ich muss hier mal weg. Ja. Aber das ist natürlich nur mein Bauchgefühl. Es ist aber tatsächlich so. Eigentlich relativ verwunderlich. Meistens sparen die Leute genau an den Punkten. Aber man merkt trotzdem, Corona steckt irgendwie noch in den Knochen. Und jetzt kommt ja so langsam sogar wieder die Angst, dass es vielleicht nochmal zurückkommt. Zwar nicht in den Maßen, wie man es gesehen hat, aber doch irgendwie die häufen sich die Fälle gerade wieder. Und ja, die Menschen wollen einfach raus und vielleicht auch diesem Trott entfliehen. Und das zeigt sich insbesondere in den Buchungszahlen. Wir haben es schon bei Booking gesehen, die sich positiv entwickelt. Bei Airbnb und dementsprechend jetzt auch ja bei Tui. Aber ich möchte an der Stelle nochmal ganz klar sagen, das ist ein schwacher Trost, wenn man sich auf den Aktienkurs der letzten Zeit hier ansieht. Ja, wenn man mal auf das große Feld blickt, dann sieht man halt, wir kommen von Niveaus 2018 von 56, 57 und sind jetzt wirklich hier runter bis auf ein paar Euro, kann man sagen. Also man kämpft ja wirklich mit extremen Bedingungen bei dem Unternehmen. Und man sieht fast eigentlich nicht dieses positive Momentum, was man hier gezeigt hat. Weil allein schon heute ist wieder knapp dreieinhalb Prozent nach unten geht. Also ein schwacher Trost, aber immerhin positiv mal für die fundamentalen Werte des Unternehmens. Auch hier blicken wir nochmal auf die zweite Seite, BASF. Auch das ist ja so ein Sorgenkind, kann man sagen. Der Energiekonsument sowieso in Deutschland schlechthin. Also man muss einfach sagen, Chemie-Giganten, Langtests, BASF, da wird ordentlich Energie benötigt, um Produkte zu erzeugen. Auf ein sehr zyklisches Geschäft letztlich, wenn man eine Grundchemie von sehr vielen Produkten dranhängt und natürlich die Konjunktur schwächelt dann. Genau, genau. Und da gibt es halt so einen Index auch noch zusätzlich dazu, das ist genau das, was du ansprichst, der Philly-Fed-Index. Und der ist ja nochmal deutlich schlechter gefallen, als man gedacht hat. Und die Konjunkturaussichten sind einfach nicht positiv. Auch hier wird so ein bisschen gespart. Wir haben hohe Energiekosten und BASF kämpft da ja schon länger. Ich glaube, wir haben vor ziemlich genau einem Jahr darüber gesprochen, dass es mal eine 10-prozentige Dividendenrendite des Unternehmens gab. Auch hier sehen wir das auf dem Chart. Wir sind in so einer Seitwärtsphase, die sich immer mal wieder hoch und runter bewegt. Was wir aber auch wirklich sehen können, wir haben jetzt knapp 8% Dividendenrendite immer noch. Also schon sehr hohe Niveaus und die hängen natürlich auch mit dieser Unsicherheit zusammen, die sich im generellen Marktsegment befindet. Wir sehen aber auch ganz deutlich und das finde ich eigentlich auch, muss man sagen, ist es schon erwähnenswert. Wir haben hier relativ deutliche Unterstützungslinien, an denen man sich noch befindet, obwohl sich der Markt halt gerade auf relativ tiefen Niveaus befindet. Also sowohl hier, als auch wenn man ein bisschen weiter runter blickt noch. Allerdings haben wir diese Widerstände auch genau oben. Also Investments hier zielen, muss man sagen, sowohl von Investorenseite wahrscheinlich als auch von Käufer- oder Verkäuferseite generell meistens auf die 8% Dividendenrendite ab. Genau, aber seit letztem Jahr, 2022, ist der Kurs sehr stark seitwärts gelaufen und die Frage ist natürlich, ist langfristig Dividende so sicher? Wenn das natürlich so eintritt, hat man natürlich Dividendenjäger, haben natürlich gute Chancen, aber die Konjunktur muss irgendwann auch wieder drehen. Genau, irgendwann muss mal ein positiver Impuls kommen oder es muss wieder Aussichten gehen. Man geht jetzt so ein bisschen ins Ausland, verlagert dort seine Produktionsstätten hin, weil man einfach sagt, Energiekosten sind woanders günstiger, da kann man es wieder realisieren. Also man ergreift schon Maßnahmen, es gibt ja auch immer wieder Investoren, Ideen aus den saudischen Gebieten, kann man so sagen und ja, das wird für beide Unternehmen, insbesondere aber auch von Langs Hesse in dem Sinne eine große Rolle spielen. Es gab noch den Arm-IPO, aber den haben wir ja auch schon gesprochen, kurz vor meinem Urlaub und ja, da gab es eigentlich auch ein positives Momentum, muss man sagen. Die Bewertung ist zuerst wieder zurückgekommen, danach hat man aber wieder doch ein bisschen was Positiveres erzielt. Jetzt ging es nochmal die ganze Ecke aber wieder nach unten und man sieht so ein bisschen hier, wie deutlich die Konjunktur da auch wirklich schwankt und ja, am Zipfel hängt dieser gesamten Chip-Industrie. Die Märkte hatten ja eine sehr starke Euphorie und haben sie teilweise immer noch, was diese KI- und Chip-Themen betrifft und Arm zielt da eigentlich ziemlich genau drauf ab, aber eine Euphorie, die so ein bisschen ausklingt, kann man sagen, weil man dann doch das Gefühl hat, dass es sich so eine kleine Blase dort gebildet hat und ja, man hängt gerade so ein bisschen dazwischen und versucht eigentlich noch immer so einen guten Preis für das Unternehmen zumindest am Markt wirklich zu finden. Was ich auch noch ganz spannend finde und da geht es mir vielleicht in so eine relativ absurde Richtung, die Match Group, über die haben wir auch schon öfter mal gesprochen und Match Group sagt vielleicht nicht jedem was, wenn man aber über Tinder spricht, dann wissen viele Bescheid, also es geht hier wirklich um Dating-Apps, insbesondere für die jüngeren Zielgruppen und die Match Group hat vergangenes Jahr eine andere Dating-Plattform gekauft, die heißt The Leak und bei The Leak kann man sich quasi nicht anmelden, sondern man muss eingeladen werden und wenn man dort eingeladen wird, dann muss man schlappe 1000 Dollar in der Woche bezahlen, um Mitglied dieser App zu sein. Wie viel pro Woche? 1000 Dollar die Woche, also ein ganz elitärer Das kann ich jetzt aber sagen, da muss man aber auch was wollen. Genau, so ist es, aber das läuft scheinbar so gut, dass man das Ganze jetzt auf die Tinder-App ausgeweitet hat, also auch dort gibt es jetzt ein ähnliches Modell, nicht ganz so teuer, es kostet nur 500 Dollar im Monat, es gibt ein 6000 Dollar Jahresabo, auch dort muss man eingeladen werden, was man aber zeigt ist, man schafft es hier tatsächlich diese Zielgruppe deutlich stärker zu monetarisieren, als man vielleicht vorher gedacht hat, weil die User-Zahlen werden tatsächlich weniger, aber die Einnahmen pro Nutzer, die steigen tatsächlich stark an und da ist wieder alles zum Thema Profitabilität, was wir schon ein paar Mal heute angesprochen haben, wichtig und der Kurs zeigt es aktuell noch nicht ganz, aber wir sehen hier haben wir eine relativ starke Unterstützung seit Juli, man hängt auf dieser 200er Linie, man hängt tatsächlich auch ungefähr auf diesem Kursniveau und ja, die Frage ist aber so ein bisschen, wird man jemals auch hier wieder diese Hochs natürlich erreichen, auch hier haben wir Tech-Titel, auch hier ist das gleiche Thema wie in vielen Varianten, die sind einfach unter Druck und Profitabilität ist hier gerade alles und deswegen sind solche Maßnahmen tatsächlich gar nicht so schlecht oder ganz gerne vom Aktienmarkt gesehen und somit gab es auch dieses 2% Plus an dieser Stelle. Genau und was man jetzt sieht und hast du in ein paar Charts gezeigt, viele sind in der Abwärtsbewegung drin und die Frage, die sich natürlich vielen Investoren stellt ist, ist man jetzt hier schon an so einem Punkt dran, wo es in, ja, wo man Bodenbildung hat und ich glaube es ist noch ein bisschen früher, das irgendwie auszurufen, speziell wenn die Fed nochmal einen Schritt hat und wir noch nicht jetzt auch bis 2026 planen, das heißt, da ist noch ein bisschen, da ist auf alle Fälle noch Luft für lange Seitwärtsphasen, vielleicht auch noch, wo sich einfach ein Boden bilden muss, also ich glaube, da muss man nirgendwo reinspringen, aber es gibt mittlerweile immer mehr Chancen und die Watchlist bei mir füllt sich auch immer mehr von Unternehmen, die fundamental gut darstellen, die aber genauso mit dem Gesamtmarkt ein bisschen runtergekommen sind und da hast du aber noch einen wahrscheinlich. Genau, wir haben noch einen und das hast du gesagt, das trifft aber tatsächlich ganz gut zu, Netflix ist jetzt mal ein Beispielteil dafür, es gibt ja die ganze Zeit diese Streiks in Hollywood, wo es um die Drehbuchautoren geht, die Filmstudios, die einigen sich nicht so wirklich, es gibt die Angst, dass man ersetzt wird durch künstliche Intelligenz und möchte eigentlich so ein paar Sicherheiten von der Branche bekommen. Das habe ich mir vorbeigegangen. Wirklich schon die Angst, dass der Roboter kommt und sagt, es gibt tatsächlich seit Monaten Streits, fünf Monate sind es jetzt so, dass es diesen Streit gibt und der auch mit einem Streik einhergeht, kann man so sagen und jetzt gibt es eine grundsätzliche Einigung und die Kinoketten haben davon profitiert, Netflix hat davon profitiert, die Filmstudios eher nicht, also Warner Bros. und Paramount zum Beispiel, die sind alle tendenziell gefallen, weil man trotzdem halt mit höheren Kosten auch zu kämpfen hat. Was man aber halt sehen kann, dass auch hier sich so ein bisschen so eine Einigung langsam auftut, aber auch hier genau selektiert wird, welche Unternehmen sind die qualitativ starken, die aktuell ja trotzdem ein positives Momentum haben können und das ist ziemlich genau das, was du gerade gesagt hast. Die Watchlisten füllen sich gerade und man muss sich eigentlich so ein bisschen, ja, nicht entscheiden, aber man kann in vielerlei Hinsicht sagen, okay, zum einen haben wir auch auf der spannenden Dividendenseite viele Unternehmen, die gerade wieder in ein gutes Bewertungsniveau kommen, wenn man rein auf die Dividenden schaut, aber auf der anderen Seite sind halt auch viele dieser Tech-Titel sehr stark unter Druck gekommen und da ist halt die Frage, wie geht es weiter in der Zukunft und schaffen wir es dort auch wirklich mal wieder irgendwann einen Turnaround zu erzielen. Also beides funktioniert, beides geht, wir werden in den nächsten Monaten auch mal stark uns dieses Dividendenthema auch ansehen, um genau auch diese Möglichkeiten da auszuloten. Trotzdem, wie geht es weiter die Woche? Noch ein kurzer Blick auf unser Mitglieder-Depot, einfach nur als kurzes Update, natürlich auch hier wurden wir von den letzten Wochen getroffen, wir sind auf ein Plus von 3,2 Prozent runtergerutscht jetzt, seitdem wir dieses Depot gestartet haben, was wir aber ganz gut halt sehen können ist, dass auch hier Qualitätstitel oftmals sind, die sind, die noch positiv performt haben und wir haben diese klassischen Träger, die immer noch eigentlich darauf hoffen, dass sie mal aus dem Grab wieder auferstehen. Biontech bei Pfizer, also es geht in eine relativ ähnliche Richtung, aber wir haben viele Unternehmen und hier sieht man das in den japanischen Werten, die auch von diesem Momentum, das dann in den einzelnen Bereichen steht, stark profitieren kann. Mehr dazu, wie gesagt, am Donnerstag, was steht diese Woche noch an? Costco hat Earnings, bringt Earnings raus, immer mal wieder auch wichtig für die Gesamtmarktstimmung. Micron als Chip-Hersteller, Hornbach, also als deutsche Bauhauskette, eine der, ich glaube, die einzige, die wirklich auch an der Börse ist. Alle anderen großen Unternehmen sind dort tatsächlich, zumindest in der deutschen Region, private Unternehmen. H&M, das in der letzten Zeit stark profitiert hat davon, dass die Leute auf günstigere Klamotten umspringen. Nike, ja, die sind stark unter Druck gekommen, das wird sehr spannend, ob es da auch mal eine Trendwende gibt. Ja, und wir haben klassisch Carmex, Carnaval, über die wir auch schon mal gesprochen haben, also viele spannende Unternehmen und tatsächlich auch viele spannende Wirtschaftsdaten. Dieses Konsumklima ist da ein großes Thema. Wir haben Inflationsdaten zum Ende der Woche, die ein großes Thema sind, insbesondere in Deutschland. Wir haben den IFO-Geschäftsklima-Index, der rauskommt. Am Freitag haben wir ja, wie gesagt, Inflation in Europa auch, Inflation in den USA, Arbeitslosenquoten in Deutschland. Also viele makroökonomische Themen, die uns jetzt noch mal einstimmen, bevor die nächsten Earnings wirklich losgehen. Viele Inflationszahlen, Arbeitslosenquote und Inflation sind ja zwei wichtige Indikatoren und das ist die Woche im Fokus, Donnerstag, Freitag vor allen Dingen. Genau, und das wird auch richtungsweisend sein, wie sich potenziell die Märkte hier und auch die Zinsmärkte natürlich weiterentwickeln können. Was steht bei uns an? Wir haben, wie gesagt, am Donnerstag jetzt den Aktien-Round-Up. Wir gucken uns das Noteflake ein, also ein Unternehmen, was noch nicht so in Schwung gekommen ist, was tatsächlich aber die Symbiose aus KI und Cloud bietet, haben wir in unserem NVIDIA-Round-Up auch schon besprochen und ja, es findet auch die Aktienwerkstatt dann statt. Da gucken wir jetzt genau diese High-Growth-Tech-Unternehmen nochmal an, wo sich da Potenziale gerade bieten oder auch nicht, wo sich Turnaround-Chancen bieten, bevor wir uns dann in Zukunft auch sehr stark den Dividendenthemen hier widmen. Christoph, damit sind wir am Ende und fertig für heute. Genau, und wir freuen uns dann, diese Woche noch auf den Aktien-Round-Up für alle, die hier in der Room dabei sind und natürlich die Werkstatt dann für alle Club-Mitglieder und High-Growth-Tech-Unternehmen. Auch da ist meine Watchlist schon gefüllt. Wie gesagt, solange die Zinsen natürlich so hoch sind, wird es dann auch den einen oder anderen Kandidaten geben, der noch deutlich zurückkommt, wo man dann auch die Luft hat, um ja, irgendwann einzusteigen. Genau, auch hier wird wahrscheinlich die Qualität aktuell gewinnen und da geben wir uns offenbar auf die Suche. Sehr gut. Dustin, ich bedanke mich. Gleich kommt Carlos nochmal mit den Key- und Send-Signalen, bevor es dann hier in der Room weitergeht mit Christian, der dann einmal durch den Trailer-Kick-Off führt. Bis gleich. So, bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.